Moin! Endlich Feierabend! Jetzt geht es hier zur BMX-Bahn Miesburg. Die Saison eröffnen. Ich bin vorgestern hingezogen. Hier, ich fahr so, die Kurven sind echt gefährlich, wenn es nass ist. Er hat Lust, Push-Race. Jetzt reicht es aber, nicht noch mehr hängen. Krass denn. So werde ich Dritter. Das ist gut. Eins, los! Start und wedeln. Ach nee, mit wedeln! Mit Abdrängen, der hängt wieder. Wedeln, ey! Okay. No, fuck! Auf den Reifen gesetzt! Scheiße! Wow! Alter! Ja, geil! Schöner Drift! Wenn ich das hier höre! Alter, wenn ich das hier höre! Herr Diemat, was war das denn? Hoffentlich überlebig ist! Sehr seltsam alles. Das ist überhaupt da jetzt schön. Unfassbar! Unfassbar! Sehr, sehr seltsam hier! Auf jeden Fall! Na ja, na ja! Na ja! Aja, das war das. Er ich, was war das! Was war das. Na ja. Ach nee! Ich war das. Ich war das. Ach nee. Ganz toim! Na ja! Ich war das! Ich war das. Ah ja, am早. Na ja, Kontrolle ist was anderes. Oh, Alter, wie fahr ich denn hier? Alter Schwederspieß, jetzt merke ich, ich bin nicht mehr 20. So mit Party, bis in die Nacht und dann am nächsten Tag Radfahren. Fast eine Katastrophe. Torben? Alex. Na ja, in hell. Na ja.